So laßt mich scheinen, bis ich werde, zieht mir das weiße Kleid nicht aus, ich eile von der schönen Erde hinab in jenes feste Haus. Dort ruh' ich eine kleine Stille, dann öffnet sich der frische Blick, dann lasse ich die reine Hülle, den Gürtel und den Kranz zurück. Und jene himmlischen Gestalten, sie fragen nicht nach Mann und Weib, und keine Kleider, keine Falten umgeben den verklärten Leib. Zwar lebt ich ohne Sorg und Mühe, doch fühlt ich tiefen Schmerz genung. Vor Kummer altert ich zu frühe, macht mich auf ewig wieder jung. »So laßt mich scheinen, bis ich werde« Ein kryptischer Satz, wenn man den Kontext nicht kennt, in dem das rätselhafte Wesen, das androgyne Kind Mignon, dieses Lied vorträgt. Sie hat das erste Mal im Roman Wilhelm Meisters Lehrjahre ein Kleid getragen, während sie sich sonst in jungen Kleidung einer geschlechtlichen Bestimmung entzieht. Sie trat nämlich in einem Spiel als Engel auf, und als solche Engel will sie so lange scheinen, bis sie tatsächlich zum Engel wird. »Zieht mir das weiße Kleid nicht aus«, »Es ist kein metaphorisches weißes Kleid, sondern ein echtes, das zu ihrem Engelskostüm gehört.« »Ich eile von der schönen Erde hinab in jenes feste Haus.« Todessehnsucht und Todesahnung drückt das Kind in seinem Lied aus. »Das feste Haus wird das Grab sein.« Dort ruhe ich eine kleine Stille. Das ist die altchristliche Vorstellung von der Auferstehung. Nicht die Seele trennt sich vom Leib und fährt in den Himmel auf, sondern als ganzer Mensch wird man, wenn es Zeit ist, aus dem Grab auferstehen. Dann öffnet sich der frische Blick, also die Augen öffnen sich wieder, dann lasse ich die reine Hülle, den Gürtel und den Kranz zurück. Die reine Hülle ist hier nicht die sterbliche Hülle, sondern das weiße Kleid, das als reine, also leere Hülle mit der übrigen Kleidung zurückbleibt. Und jene himmlischen Gestalten, sie fragen nicht nach Mann und Weib. Mignon verweigert sich dem Frausein oder überhaupt dem, ein Geschlecht anzunehmen. Sie verweigert sich ganz diesem Aspekt des Lebens aber nicht in Form der Entsagung, sondern derart, dass ihr Körper nicht einmal so weit kommen soll, dass er sexuelles Begehren empfindet oder selbst Gegenstand sexuellen Begehrens wird. Ein Anlass, sich zudem endgültig der Frauwerdung zu entziehen, ist der Moment, als sie sich doch entschließt, sich Wilhelm Meister als Frau zu nähern, auch wenn sie vielleicht keinen ganz klaren Begriff davon hat, was das bedeutet. Sie muß erleben, wie ihr eine andere Frau zuvor kommt und in Wilhelms Zimmer schlüpft. Und keine Kleider, keine Falten umgeben den verklärten Leib. Der verklärte Leib ist der, den man nach der Auferstehung hat. Er ist keiner, der in irgendeiner Form fleischliche Bedürfnisse hat. Er kann damit auch nicht Gegenstand sexuellen Begehrens sein und bedarf deshalb keiner Kleidung. Auf Falten wird hier nicht einfach um des Reimes willen eingegangen. Zu Zeiten, als Stoffe kostbar waren, bedeuteten Falten Luxus, wenn also so viel Stoff für ein Kleid verwendet wird, dass er möglichst viele Falten wirft. Zwar lebt ich ohne Sorg und Mühe, doch fühlt ich tiefen Schmerz genungen. Mignon lebte ohne Sorg und Mühe unter dem Schutz von Wilhelm Meister. Der tiefe Schmerz, den sie fühlte, bezieht sich auf ihr Leben zuvor in einer Schaustellertruppe, von der sie aus ihrer Heimat entführt wurde. Vor Kummer altert ich zu früh. Sie scheint überdies eine unterbewusste Ahnung des Schmerzes und Kummers ihrer Eltern in sich zu tragen. Macht mich auf ewig wieder jung. Auf ewig wieder jung will sie sein im Sinne von unsterblichem ewigen Leben und auf ewig auch im Zustand der vorpubertären Unschuld. Nein, 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 nein. Keine Bitte. Vielen Dank. Vielen Dank.